Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. So, wir waren ja unten stehen geblieben, immer noch. Ich weiß, ich bleib da grad voll hängen, aber ich will jetzt, wenn ich dabei bin, das einmal abschließen. Und ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, wie man dieses Signal nach oben führt. Und ehrlich gesagt, die Variante kannte ich noch gar nicht. Und ich werd das jetzt mal machen, weil ich krieg's ja irgendwie nicht hin. Oder im letzten Part hab ich's nicht hinbekommen, so wie ich's eigentlich machen wollte. Wobei, noch eine Idee. Eine Idee vielleicht noch. Och, ey. Ich hab mir gerade nochmal vor Aufnahme ne Spitzhacke gemacht. So geht es nicht. Hallo Spitzhacke, du musst auf der 2 sein. So. Ich mach das jetzt mal so, wie ich das im Internet gefunden habe. Und ich hab's auch schon Offscreen getestet. Das funktioniert auf jeden Fall bei dieser Minecraft-Version. Okay, da ist schon ein Redstone. Und zwar so im Zickzack einfach. Das geht irgendwie auch komplett gerade runter, aber ich hab's nicht hinbekommen. So. Jetzt müsste die ausgehen. Genau. Und die müssten dann eigentlich später auch ausgehen, aber ich muss dann hier auch noch welche setzen auf der Höhe, wo ich gerade bin. So, ich darf nicht durchfallen. So, hier machen wir jetzt direkt Hohlräume dicht. Nein, da nicht. Hohlräume dicht, da aber nicht. Oh, da ist Wasser reingelaufen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier jetzt ankomme. Moment, wenn ich jetzt... Da ist eine Fackel dran und dann da. Dann bin ich auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Vielleicht mach ich mir einfach seitlich so einen Gang, dass ich das genau mit anschauen kann. Wäre ganz cool auf jeden Fall. Sonst baue ich mich wieder hin und her und baue wieder ab und wieder dran. Kennt man ja. Muss ja eh die Seite noch zubauen. So, das sehe ich so schon ganz gut. Die nehme ich mal weg. Und eine Leiter wäre jetzt eigentlich auch nicht ganz schlecht. Oh, gibt's hier Sling Shots? Das wäre cool, wie in Minecraft Doors. So, hier muss ich jetzt... Ja, egal. Ich habe keine Schaufel, immer noch nicht. Aber vielleicht machen wir es trotzdem so. Was ist denn da gerade irgendwie? Ah, mein T-Shirt krabbelt. Ich glaube, das Schild hinten, das guckt irgendwie so ein bisschen raus. Mit den Waschinformationen. So, dann geht es hier nach unten weiter. So, gucken wir aber erstmal. Machen wir erstmal den Part hier. Zack, zack. Und jetzt jeweils da gegenüber. Ist jetzt halt nur ein bisschen blöd. Warte. Das heißt... Das heißt... Da, da, da und da und... Hier. Und der muss weg. Wobei, vielleicht geht es auch schon so. Jetzt habe ich nicht genug Redstone-Fackeln. Alter! Aber das ist kein Problem. Redstone müsste ich eigentlich genug haben. So, der Schalter sitzt richtig. Den muss man später dann noch um... Wo ist der Enderman schon wieder? Redstone habe ich genug. Ich habe auch... Oh! Geh bitte nicht hoch! Nein! Boah! Der ist so blöde schiefgelaufen gerade. Habt ihr gesehen? Ich habe den nicht erwischt. Oh! Jetzt hatte ich aber hier wegen den ganzen Drawern, ne? Mann, Mann, Mann! Wuh, wuh! Ja, fresse du! Halt! Warte mal! Wie macht man Fackeln, ne? Minecraft-Standardsachen. Klar, Redstone ist nicht Standard unbedingt. Aber Fackeln geht doch genauso. Äh, warte. Auf jeden Fall ins Bett. Wenn hier ein Creeper reinfliegt, dann dreh ich ab. Tschüss! Jetzt müsste der Enderman hier stehen. Ich weiß nicht, ob das dann als angucken zählt, wenn ich im Bett liege. Und dann müsste der voll, wenn ich aufstehe, ob ich draufgehe. Ich warte mal noch, bis er aufgestanden ist. Äh, so. Moment. Da, da und da oben muss ich auch noch rein. Hä? So. Und, ich muss da nochmal hin. Das kriegt er aber hin, ne? Hier kann ich Redstone setzen. Das geht. Wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste jetzt unten, also müsste eine Reihe komplett an sein und eine komplett aus. Das sieht gut aus. Jetzt. Nein. Brauche ich dafür einen Repeater? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Die ist doch an. Wie gibt er das Signal jetzt ab? So etwa? Hä? Irgendwo fehlt doch was. Ach hier. Hä? Äh, fehlt überall noch was, oder? Dafür. Ach. Da und. Och, das sind wieder die Drecksblöcke hier, ne? Wie ich die hasse. Ne, den nicht. Okay. Jetzt bekommt das da unten ein Signal. Blöd ist nur. Den muss ich dann hier unten langlaufen lassen. Ja, wusste ich's, das ergibt dann eine Glock. Das ist dann nicht richtig. Das sieht aber gut aus. Och ne, da ist ja auch wieder Dirt drüber. Oder Kies, besser gesagt. Wie lange man an so einer Maschine rumpimmelt, ne? Och. Boah, jetzt hör doch mal auf hier. 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 Ich weiß jetzt, warte mal. Ich spring da jetzt rein. Energie hab ich. Autsch. Jetzt bin ich ganz unten. Ach, nein. Folgendes ist passiert. Hier ist Wasser reingelaufen, als ich vorhin am Testen war. Heißt, hier unten ist alles weg. Die Frage ist, wo ist es hin? Hoffentlich sind die nicht verschwunden. Oder sind die zufällig da mit drin? Nein, das ist jetzt weg, oder was? Always on? Das ist aber alles soweit noch richtig. Aber sind die echt verschwunden? Da brauche ich jetzt noch ein paar Sachen. Ein, äh, Komparator. Ah, Quarz. Du lässt mich in Ruhe. Nether Quarz. Ja, sehr gut. Wieso kann ich das damit, dieses Rezept, nicht da reinpacken? Also, ach so, das Rezept ist drin. Weiß nicht, ob es geht mit dem Bruchstein. Nein. Mit dem natürlich nicht. Ey, du findest hier jeden Mist an Stein, aber die, die du brauchst, ne? Ey, ich muss mein Inventar leeren. Mann, ich hab da kein Bock drauf. So, weg. Hellgrüner Stein. Stein. Marmor. Bruchstein. Oh. Was war das? Granit. Sandstein. Komatit. Ein Komatit. Geht mit Komatit? Geht das? Redstone. Und ein Nether Quarz. Muss ich halt gucken, was er da jetzt anzeigt. Da zieht. Eklogit. Okay, die hab ich doch, ne? Da zieht. Müssen ich jetzt nur kurz den Ofen packen. In meine nicht vorhandenen. Wo hab ich denn die Öfen hingepackt? Oh, ich raste aus. Was will ich mit dem Goldnugget? Wer droppt das? Verrottetes Flash. Schwarzpulver. Kartoffel. Wo hab ich denn das letzte Mal die blöden Öfen hingepackt? Ach komm, mach ich mal einfach einen neuen. Ich brauch die ja irgendwann eh. Ach, da sind sie. Die trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Geil. Pack jetzt mal hier so dran. Und Kohle. Ey, weißt du, ich bin so froh, wenn ich gleich fertig bin. Ja, das ist überhaupt noch schaffen heute. Hätte ich mal vorbereitet irgendwie. So, brenn das bitte schnell. Dann guck ich schon mal bei einem Verstärker. Okay, auch irgend so ein Kram. Redstone Fackeln. Sind das genug? Redstone selber hab ich genug. Fackeln können ein bisschen wenig sein. Moment, da mach ich noch ein paar. Ja, passt. Oh, wie langsam brennt der denn? Reicht ja nicht mal. Wird's dunkel? Nee. Hallo? So. Einen davon. Wie war das jetzt mit den Repeatern? Äh, Verstärkern? Ja, ist ja dasselbe. Okay. Hey. Och nein. Ich brauch zwei auf jeden Fall. Ich glaube aber vielleicht sogar drei, wenn ich oben noch ein paar setzen will. Wieso ich da mehr rein tue, wenn ich eh nicht mehr erzeugen kann, ne? Kommt der eine noch. Gib, 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 gib. Ich steh unter Zeit. Druck, Druck, Druck. Genau, ist klar. Komm runter. Danger. Aber das wird dann so cool. Signal bekommt er. Sehr gut. Das passt. Das passt. Und... Was ist denn da eigentlich passiert? Hatte ich doch schon mal zugemacht hier, die Seite. Oh, was? Ruhe bitte. So, erstmal Licht hier in die Ecke. So, und das Prinzip hier unten jetzt wie oben eigentlich. Zack, zack, zack. Und... Reicht das? Kann ich dann da oben reinschauen? Nee, nicht ganz. Das war, glaube ich, der Block, den ich brauche. Moment, von wo komme ich? Mit dem Signal. Achso, von hier. So, dann machen wir das so. Gehen wir direkt hier hinten über die Ecke. Also unten, das hatte ich schon angefangen zu setzen. Weil es war wichtig, ob es funktioniert. So, Moment. Jetzt ist... Ich gehe jetzt einfach den normalen Weg von ganz oben bis ganz nach unten. Jetzt ist das Ding... Aktiviert. Wenn ich den Schalter oben drücke, bitte sei nicht mehr aktiviert. Dann habe ich es. Okay, da hat sich schon mal was getan. Oh, bitte, 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 bitte. Er ist immer noch aktiviert. Verdammt. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Da ist der Fehler. Jetzt ist es deaktiviert. Was sieht gut aus? Eine Fackel hat jetzt gerade nur gefehlt. Joa, hey, hör mal. Juhu. Ich glaube, das muss funktionieren. Nein. Weil ich immer sneaker dabei, ne? Jetzt leuchten die da in Reihe. Nach unten. Aber ich bin sicher, dass das irgendwie anders ging. Aber wie gesagt, weil es 1.7 ist, bin ich nicht so sicher. Er ist immer noch deaktiviert. Hier wird das Signal nicht richtig übertragen. Weil er darf ja das doppelte Signal nicht bekommen. Man muss sich ins Bett gehen. Das ziehe ich jetzt aber durch. Also wenn ich den Fehler jetzt finde, wird der Part halt ein bisschen länger. Oh, komm, bitte, bitte, geh. Juhu. Wobei, ich freue mich schon, ne? Aber ich bin noch lange nicht am Zielen hier. Ach, weil hier die Verbindung unterbrochen ist, oder wie? Und wieder der... Oh nein, da... Oder? Autsch, ich wollte eigentlich gar nicht springen. Egal. So, jetzt habe ich eh Hunger. Habe aber gerade nichts zu essen, außer da... Kartoffeln, die ich nicht essen kann. Also könnte ich schon, aber schmeckt bestimmt nicht roh. So, jetzt hat man da gesehen, wie das zack, zack, zack nach unten leer wird. Oh. Ich habe dich nicht gesehen. Wo hast du denn... Da setzt du den Block dahin, ne? Du blöder Arsch, du. Entschuldigung. So. Also nicht Entschuldigung bei dem, sondern Entschuldigung bei euch. Jetzt ist es deaktiviert, weil zweimal Plus-Signale ergeben Minus. Also, ja. Kann man so vielleicht sagen. Ey, was willst du denn da jetzt? Hau doch ab da. Oh, wenn der jetzt da reinfällt, dann gucke ich ihm ja genau in die Augen, ne? Jetzt muss der da echt rumpimmeln, der Arsch. Kann ich da runter? Das funktioniert. So, es war gerade unten deaktiviert, weil das Signal reinging. Und wenn das jetzt aus ist, heißt das, das Ding ist an. Das, äh! Ist immer noch an! Habe ich da irgendwo was vergessen hier noch? Alter, das macht mich fertig, ey, Redstone. Geh doch weg! Aua! So, halten wir uns den da mal fest. Also diese... Vielleicht ist da irgendwo eine Verbindung, die da nicht sein darf. Ist das noch an? Ne, ist doch aus, oder? Täuscht das? Ne, jetzt ist es an. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Jetzt habe ich leider keinen Repeater. Ich glaube, ich brauche noch einen Verstärker. Das kommt nicht ganz an, das Signal. Das hätte jetzt... Also ich hoffe es, dass es das ist. Ein Repeater muss noch her. Das ist halt bei dem Texture Pack halt schwer zu erkennen, finde ich, irgendwie. So, wenn die leuchtet, leuchtet der. Wenn die nicht leuchtet, geht der aus. So ist ja auch richtig. Aber wo hört das Signal dann auf? Ich kann das ganz schwer erkennen, ganz ehrlich. Hä? Kann ich da reinlunzen, da unten? Sieht aber noch aus wie an, oder? Er visiert es schon an, weißt du, aber drückt den nicht. Nein, der ist dauernd an, da. Jetzt sehe ich das mal. Wo kriegt der denn hier die Bepowerung her? Ah, ja, ich glaube, er kriegt das von unten, das Signal. Kann das sein? Wobei, jetzt ist er aus. Erst das nächste Mal hole ich mir einen Profi. Lade ich irgendeinen ein, der sich auskennt damit. Und jetzt muss es aber funktionieren. Ich habe deutlich gesehen, dass sich was getan hat. Jetzt ist es an, ja. Okay, Signal kommt. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Warte mal, hier geht es schneller vielleicht, oder? Ne. Ich will das nicht zubauen. Oh, Leute, tut mir leid, wenn der Part ein bisschen Überlänge hat. Boah, der nervt, ne? Der blöde Enderman. Also, was war es gerade? Gerade war das Ding aktiviert. Und jetzt müsste das... Hä, ich komme mir echt nicht mehr klar. Jetzt ist das wieder nicht richtig. Boah, Leute, ich mache es offscreen, ey. Ich mache es offscreen und zeige euch, wo der Fehler lag. Ich suche sonst jetzt echt mir einen Ast ab. Ähm...